Man kann es immer mehr in den Medien lesen, je länger, desto mehr. Da stehen Titel wie zum Beispiel 35.000 überflüssige Meniskus-Operationen und das ist auch meine Erfahrung. Ja, dass man einfach viel zu schnell operiert, dass der Arzt zum Beispiel Arthrose feststellt. Arthrose hat die Medizin zum Schlagwort gemacht und der Patient hat dann Angst, ja sie müssen operieren. Da kann der Arzt einfach sagen, sie müssen und der Patient ist dem Arzt hörig, operiert dann und dahinter steckt natürlich ein Milliardengeschäft. Dass Meniskus-Operationen grösstenteils für die Katze sind, das sage nicht ich. Das weiss ich zwar, aber sagen die Medien. Und es ist nicht nur überflüssig, es ist körperschädigend und dort gerade schon die nächsten Operationen vorprogrammieren. Ja, wer profitiert von diesen Operationen? Ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand profitiert. Aber am allermeisten müsste ja der Patient profitieren. Und wenn wenigstens der Patient profitieren würde, dann darf es ja auch ein Geschäft sein. In meinen Augen ist das eine völlig einseitige Sache. Es ist die Medizin, die profitiert und der Patient, der der grosse Verlierer ist. Ich habe ja nichts gegen den OPs. Ich war selber Leidtragender von einer Blinddarm-Operation vor zwei Jahren. Und dort wo es nötig ist, finde ich unsere Medizin ein Segen. Aber was in der Orthopädie grössteils gemacht wird, finde ich einfach eine Schweinerei. Das geht zu Lasten des Patienten, zugunsten eines mafiösen Konstrukt, welches ich einfach nicht dahinter stehen kann. Und ich glaube, da muss man einfach mal etwas dagegen machen. Ja, Alternativen gibt es schon seit tausend Jahren. In der chelmenessischen Medizin spricht man von den Meridianen. In der modernen Medizin heutzutage spricht man von Faszien. Vorher hat man ein Bindegewebe gesagt. Wenn man am Bindegewebe arbeitet, dort wo nämlich die Verklebungen sind, dann arbeitet man an den Ursachen. Und das Problem ist gar nicht in der Arthrose selber, sondern es ist im Bindegewebe. Und das kann man auch manualtherapeutisch lösen. In den allermeisten Fällen. Es braucht fast keine Operationen an Hüften, an Füssen, an Knien, am Rücken. Das kann man zum allergrössten Teil mit Faszietherapien machen. Da sind eben nicht mehr die Ärzte zuständig. Es sind nur ganz wenige Ärzte, die sich konservativ mit Faszietherapien beschäftigen. Da kommen dann viel mehr Physiotherapeuten im Fokus und sich richtig bewegen im Alltag. Das sind Alternativen, die man hat zu Arthrosen, die sehr, sehr schlagkräftig sind, die funktionieren und die die ganzen Operationen oder den grössten Teil der Operationen überflüssig machen würden. Ja, wenn Sie Probleme haben mit dem Meniskus, dann müssen Sie heutzutage noch über den Hausarzt gehen, weil der entscheidet dann entscheiden nachher, ob sie in Physiotherapie gehen können oder direkt zum Spezialisten, wo sie dann operiert werden. Das Problem fängt dort schon an, dass der Physiotherapeut zu wenig Kompetenzen hat. Medizin sagt einfach, man bewege sich zu wenig. Das stimmt natürlich. Wir bewegen uns zu wenig. Wir bewegen uns auch zu wenig in einem höheren Pulsbereich, also im moderaten Pulsbereich. Aber vor allem bewegen wir uns falsch. Wir sitzen zu viel und zu viele Sitzen verklebt die Faszie. Das löst nicht nur Rückenprobleme aus, sondern Hüftprobleme, Knieprobleme. Das ist eine ganze Rattenschwanzfolge nach. Und was das gleich grosse Problem ist, wenn zu viele sitzen, ist das Gehen auf den harten, flachen Böden. Wir sind hier und vor allem die Faszie. Das Bindengewebe ist eingerichtet, dass es elastisch federnd bewegt werden will. Es ist nicht umsonst, dass der Mensch das Trampolin am allermeisten liebt. Vom kleinen Kind bis zu den älteren Menschen gibt es keine angenehmere Bewegung als diese Bewegung. Und diese Bewegung machen wir viel zu wenig. Wir sitzen in den Stühlen, anstatt dass wir zum Beispiel am Pult auf einer elastisch federnden Matte stehen. Wir laufen in schweren Schuhen herum, vielleicht noch mit Absätzen auf den harten Böden und lassen Dutzende von Millionen Schlägen in die Gelenke, anstatt dass wir elastisch federnd laufen. Früher in der Natur ist das automatisch passiert, wenn man barfuss läuft. Füsse haben nicht umsonst etwa 30 Knöchle und etwa 50 und etwa 30 Muskeln. Die sind zum Bewegen da. Dann legt man denen noch eine stützende Einlage an, dass sich noch weniger bewegen können, damit die Hüfte alles machen müssen. Dann werden die Hüfte überlastet und dann gibt es halt Probleme an den Hüften und an den Knien. Es gibt Schuhe, die wie ein Trampolin einwirken, die elastisch federt. Es ist einfach wichtig, dass man die federnde Bewegung macht im Alltag und die würde viel weniger das Fasziengewebe zum Verkleben bringen. Sie haben es gesagt, genau, der Fuss will mobilisiert werden, nicht stabilisiert. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn man die Hände würde. Sie funktionieren ja ähnlich wie die Füsse. Man würde die Hände stabilisieren. Wissen Sie, was passiert? Sie können sie mit der Zeit gar nicht mehr bewegen. Und das ist genau das, was man im Alltag sieht. Sie können die Füsse nicht mehr bewegen und laufen nur noch mit der Hüfte vorwärts und die Füsse braucht man nur zum Bein abzustellen. Das gleiche würde mit den Händen passieren. Ich verstehe nicht, wieso, dass man nicht Mobilisierungsübungen an den Füsse macht, im Alltag integriert, statt die noch in stützende Einlagen rein tut. Ich verstehe auch, dass die Medizin das sogar noch fördert. Weil das fördert natürlich auch die Operationen. Es ist nicht normal, was in dieser modernen Medizin, ich meine vor allem in der Orthopädie, die Orthopädietechnik abläuft. Stabilisieren tut immer die Faszien verkleben und die Verklebungen der Faszien erhöhen die Kräfte auf die Gelenke, die Scherkräfte auf die Gelenke, den Druck auf die Gelenke und das löst dann eben auch Schmerzen aus. .